Musik Wir halten hier 400.000 Tiere mit zwei Mitarbeiterinnen für den Stall und zwei Mitarbeiter für den Transport des Futters. Als auch meine Frau als beste Kraft im Büro. Meine Zielsetzung war eigentlich qualitativ hochwertige Tiere zu produzieren. In der Praxis im Büro mit meiner Frau und im Stall mit meinen beiden Mitarbeiterinnen Cornelia und Daniela. Im Alltag sprechen wir uns sehr genau ab, unterhalten uns detailliert über die Stelle. Auch die einzelnen Schritte werden ganz genau miteinander überlegt. Wir müssen auf dem Laufenden sein, um gute Produktionsergebnisse zu erreichen. In puncto Futterleistungsmanagement arbeiten wir ganz eng mit 4Farmers und Vimex zusammen. Die Symbiose der Beratung hat es herausgebracht, dass wir eine ganz besondere Futterzusammensetzung bekommen. Wir haben die Rasse Kopp. Die setzen wir ein wegen der gleichmäßigen Tiere und der super Ergebnisse. Die Gleichmäßigkeit der Tiere, denke ich, ist sehr stark genetisch bedingt. Aber ganz wichtig ist eben auch Futter, Wassermanagement und vor allen Dingen eine tieroptimierte Futteranpassung. Und die haben wir mit der Firma 4Farmers bestens erreicht. In der Nachhaltigkeit ist für uns auch wichtig die Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern, 4Farmers, Vimex, Plykon und auch dem Schlachthof. Eine hohe Futterverwertung sorgt auch für eine sehr gute Nachhaltigkeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017